So, und jetzt kommt die letzte Planungsphase, ne, war das gerade die letzte Planungsphase? Äh, weiß ich nicht. Klopf, klopf. Jo, Bro. So, immer die gleiche Szene, wa? Erstmal meinen Schnaps trinken. Whisky. Ja, jetzt geht es um... So, we're good to go. Jetzt war die Lase voll schnell. Ich will dich auch nicht drüber reinlassen. So, was das passiert hier? According to my sources, well, Mr. Percival won't be successfully bidding on any government contracts if he can't stop himself from being robbed. He'll be fine. Just gonna require a little bit of finesse. Two-team. Chopper crew. Ground crew. All of you will be flying in together. Ground crew is going to jump into the labs, set off the EMT, make their way toward the information we're after while the power is down. Shopper crew, old physician in the air, deals with incoming security teams. Once the ground crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? So, remember, if we never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did happen, it wasn't me, and it wasn't me, because I was never here. Stay strong, I love you all, I love you. And that's how we don't get caught being naughty things. Okay, nice. Genau so. Also, ich müsste jetzt 183.000 mehr kriegen als ihr. Ja. Ich wäre ja hart dabei, gerne mal Bodentrupp zu sein, damit ich nicht wieder für zwei Stunden fliegen muss. Ja, dann machen Joe und ich Bodentrupp und Hardy und Chris Luft. Äh, ja, von mir aus. Cool. Dann... Kurz ausrechnen, wie viel Geld gibt es für Jelten. Schütze und den Bodentrupp. Ja, das kann doch nicht. Also, warum sollte die Voreinstellung falsch sein? Das verstehe ich nicht. Ich würde nicht 271.000 mehr kriegen als jeder, oder? Ich würde nicht gerade 271.000 bekommen, oder? Ich müsste es 175 eigentlich haben. So, dann müsste Christian kriegen. Der müsste kriegen... 125 haben wir gekriegt. 25... Ups, oder. 25650 mal 5 Ja, das sind die 154.000. Das sind 182.000. Ja, 183.000 ungefähr. Die müsste ich mehr kriegen. 172, minus 182. 189.000, äh... Ja, das heißt, ich muss im Endeffekt jedem noch 5% geben, oder? Sonst geht das sowieso nicht. Was hat denn? 270, minus 183. Ne, passt auch nicht. Müsst es eigentlich je von uns so 2,5% geben. Ja. Gib Hardy einfach 15, nimm du dir noch 5. Wir können ja gucken, wer am meisten gestorben ist. Hadi, wenn du jetzt nichts hast, dann stimmst du zu. Hast du halt nichts dazu gesagt. Was denn? Sag ich doch. Ich hab schon zugehört. Gib Hardy 15, nimm 5, bla bla. Aber du wolltest mir doch eh mehr geben. Ja, genau. Hab ich doch auch gesagt. Du kriegst 15, und dann ist doch gut. Nein, ich will keine 15 Prozent. Jetzt hör dazu. Wissen wir, gerade einfach... Chris, der hätt's gerade einfach machen müssen. Der hätt ja selbst auf Breit gedrückt, dann wär gut gewesen. Ja, mir egal. Komm, hier. Ich hab weniger Geld. Ja, ich geb dir gleich noch was. Ja, aber dann nimm von mir noch 5%. Mir ist das doch egal. Sehr gut. Ja, das find ich gut. Ja, der Bram ist halt auch 7,1. So, das passt so, ne? So, dann nimmt Bram auf, und... Ich nehm auf. 300.000 kriegt der. Weck mir am Arsch. Ja, Hardy, du kriegst weniger. Ja, dann fang ich aber jetzt trotzdem schon mal an aufzuhören. Warte, was müssen wir denn machen? Begib dich zur Valkyra. Warte, bis der... Auf. 3, 2, 1. Bis der Notis gegangen ist. Halte das Wachperson. So, jetzt geht's los. Alarm bereit gedrückt. Do your job. Halte die Höhe bei, während dein Team abspringt. Krieg ich hin. Geh weiter runter, während die Einrichtung geknackt wird. Halte das Wachpersonal in Schacht. Lol. Okay, mit dem Fliegen. Kein Problem. Wir machen das. Oh Gott. Ich kann so schlecht. So, was hol ich mir denn? Rockstar. Boah, ich glaub, ich fühl mir so einen geflickten Anzug. Boah. Da, so. Richtig geil, Alter. Und Jay läuft dann als Bodentum, als der andere. Als der Rocker rum. Alter, es gibt wieder den... Ich bin Pilot, ich find den geil. Ja, Überfall, Tarnung. Ich find die Weste geil. Überfall, Tarnung. Boah, ne, die Weste viel scheiße. Das ist ein schweres Gefecht. So, verschafft euch Zugang. Ja, so. Einfach den Jacks. Mit Nachtsichtgeräten rein, Leute. Gleich, ne? Geil. Ja. Kampfhubschraube, die Verstärkung vom Heizfeld. Ach, du Scheiße. Ja, das glaubten wir können. Das heißt, im Endeffekt, ähm, passiert jetzt bei euch die ganze Action. Gucken wir mal. Warte mal, warum, nehm ich nicht auf. Oh, jetzt nehm ich auf. Cool. Jetzt nimm's auf. Robberfall, los geht's. Ja, nur ne Kaffee. Ähm, mein Sir. Rechts, links, rechts. Okay. So. Wo ist denn deine Karre? Da, nehm mal die. Nehm mal an den, ne? Achso, das ist die. Wow, du hast hier jetzt so ein richtig geiles Bodenlicht guld. Ich find das pink eigentlich ziemlich geil. Ich find das passt zu so einem silber-weißen Kraden. Hm. Achso, Motorradfahrer. Alter, jetzt müssen wir acht Kilometer fahren erst mal. Ja. What the fuck, alter. Das find ich auch echt immer ein bisschen behindert. Das hätten sie so wie anders regeln können. Ja, ich find das cool. Ja, wobei, das macht aber doch eigentlich so. Ja, eben. Und die sammeln ja eigentlich auch immer die ganze Zeit dabei. Den hast du getötet. Ja, der ist draufgegangen. Ach, wir müssen wieder auf der anderen Seite. Oh, ihr müsst schwimmen. Ihr müsst schwimmen. Wie geil. Herr Bram weiß es ja jetzt. Habt ihr ne Flair? Also ich hab... Ja, wobei, die kriegst du ja wahrscheinlich. Lalalala. So, okay. Fahrt der eigentlich mit zwei Autos? Ja, genau. Wir fahren mit einem. Aber ich hab das Gefühl, die K&R wollen mir gerade alle reinfahren. Alles just in case, Alter. Sticky Bombs find ich gut. Weißt du, wie du dir hochjacksst, Adi? Oder was? Hey, wie geht das? Also auf der Tastatur ist das dann G. G? Wie gut zu müssen. Ja, das gleiche wie die Maske. Ja, genau. War das dann auf dem Pad? Adi? Was denn? Wie ziehst du auf dem Pad die Maske an? Äh, mit dem... Mit Steuerkreuz links. Okay. Oh, geil. Ich weiß ja, Adi voll Brain-Afkar, sonst wo. Ich lese das da unten durch, was der labert. Oh, ja. Ja, ja, one last time im Arsch. Noi. Und Spaß, Christian. Ich bin genau an der Stelle da runtergefahren wie du. Was? Wie runtergefahren? Ja. Ich bin den anderen Weg gefahren. Den du vorhin auch gefahren bist. Wie viele heißen Missionen gibt es eigentlich überhaupt? Weiß ich nicht. Weiß ich selber auch nicht. Drei Stück. Das ist jetzt unsere dritte. Also drei Stück wird es auf jeden Fall geben, ja. So. Ist das eigentlich immer der gleiche Typ gewesen, der Auftraggeber? Ja. Bis jetzt schon. Nee, wärst du nicht. Das erste Mal... Okay, weil das erste... Ja, das erste Mal haben wir den Typen ja aus dem Gefängnis geholt. Und jetzt ist das ja unser Auftraggeber. Ja, weil der nämlich gerade sagt hat, der uns nur noch ein einziges Mal braucht. Von daher könnte das jetzt schon das letzte sein. Das glaube ich nicht, dass das nur zwei Heists sind. Drei. Ja, der erste war ja ein Tutorial. Das stimmt, der war nicht sehr schwer. Der zählt nicht wirklich. Ich glaube, der erste, der zählt auch nicht zu den Errungenschaften und so weiter, weil den kannst du ja gar nicht mit vier Leuten machen. Stimmt. Da muss es schon mehr geben. Wow. Ich weiß auch, dass es noch mehr gibt. Also alleine von den Einladungen, die du halt im... Ja, das stimmt. Es gibt auch immer mit Kokain. Zum Beispiel. Da gehst du noch einen. Alter, lo... Nice. Da habe ich falsch gegengelangt. Aber wie viele Leute hier einfach nur in den Karpaten rumfahren? Das ist ja der Shit. Vielleicht dealen die alle. Ja. Oh, easy. Erster. Peace out, boys. Oh shit. Oh shit. What the fuck? Ich komme sofort. Ja. Ich habe dir nicht so ganz, wie das passieren konnte, aber gut. Oh shit. Oh shit. Voll geil. Boah, voll nice geparkt. Loil, du bist ausgestiegen. Ja. Das war aber ganz schön mutig von dir. Also wärst du einen Ticken früher raus, hätte ich dich an... Oh shit, Digga. Loil. Wie das aussah. Wie das aussah. Wie das aussah. Der kam einfach von... Nice. Kannst du fliegen, Christian, oder soll ich? Ich bin Pilot. Ja. Verstehe mal kurz hier aus. Ja. Perfekt geparkt. Ja, Jay, da muss ich hin. Hä? Ja, du gehst eh raus. Ich bin Gunner. Ihr müsst ja rausspringen. Ich habe keinen Bock, der sich gleich nochmal... Aua, Manni. Keine Lust gleich nochmal zu landen, damit Hardy eins geschützt kann. Ich mach gleich erstmal den Walzer frei, weil du stoßt mir in den Kopf hier irgendwo und bleib erst mal liegen. Ich kann keine Waffen einfeuern. Ein Co-Pilot kann die Hauptwaffe und nehmen Passagiere auf dem Rücksatz die Bordwaffen. So, und los geht's. Können wir uns eigentlich selbst abschießen? Ne, du kannst den Rotor nicht treffen. Moment, kannst du eigentlich überhaupt nachher hinten hin wechseln, Hardy? Oder schießt du jetzt die ganze Zeit vorne mit der Waffe? Das ist wahrscheinlich die ganze Zeit vorne. Ja, ja, der hat ja, der, der hat drei Waffen, der Hubschrauber. Oh, mir wird's schlecht, Christian. Alles klar. Volga, weißt du, der sagt gerade auch Gewinn an Höhe. Erstmal nach unten. Ja, stimmt, ihr müsst ja, ihr müsst ja mit dem Fallschirm abspringen. Ja, er sagt es auch die ganze Zeit. Du musst richtig hochfliegen, damit ich ja MPD triff. Zwei Meter am Boden, Christian, halt es da rum. Okay, mit der Gun darfst du auf jeden Fall nicht zu hoch fliegen, weil so eine Reichweite hat die leider nicht. Ja, du musst halt so hochfliegen wie die. Ach stimmt, die explodiert, die explodiert in der Luftform. Ja. Ja, macht ja nichts. Und noch müssen wir auf nichts schießen, Hardy. Alter, ich muss noch höher. Ja, komm. Ach, da oben ist ein Kreis wieder, jawohl. Nice, Alter. Der Kruppi läuft mit dir in die Waffe. Ich kann sogar sehen, wo du hinzielst. Dann sehe ich zwar nicht mehr, wohin ich fliege, aber ich sehe deine Kameraeinstellung. Neue Kameraeinstellung. So, Menes, wir haben gleich den Kreis erreicht. Oh ja, das wird sicher schief gehen. Das ist ein wunderschöner Tag für einen Absprung. Ja, du bist auch so ein Powerboost, ey. Was passiert denn auf Y? Ne, ey, ey, du musst F drücken für den Powerboost. Wer löst denn jetzt den EMP aus? Behalte die Höhe bei, während der Team abspringt. Ja, dann mal raus, ne? Tschüss. Bis später. Okay, das war der EMP. Dann sink jetzt mal. Versteht aber, behalte die Höhe bei, während der Team abspringt. Ah, da. Achso. Alter, wie geil da hinten die Sonne aussieht. Links der Mond, rechts hinter den Bergen die Sonne. Easy. Ich sehe den Mond. Ach, da ist der Mond. Das stimmt, das sieht schon echt nicht aus. Okay, nachts, ich grüß. Du kannst schon mal langsam runter. Ey, ich gehe runter, ich gehe runter. Boah, Alter. Boah, jetzt bin ich gespannt, Alter. Dann kann ich gleich Feuerschutz geben. Bring das Ding mal auf, Mann. Ich springe die Steuerung. Ja, kann ich nicht. Ich kann ja nichts machen, wenn ich hier vorstehe. Was muss ich denn machen? Christian, du brauchst das Ding eigentlich nur ruhig zu halten, glaube ich. Wo sind die Mongos? Ja, aber das ist schwierig. Der wackelt ja auch von sich aus schon hin und her. Ich muss die Mongos erstmal sehen. Ich sehe die leider nicht. Okay, weg da. Weg. Ah, da sind sie. Ich sehe sie. So tief brauchst du sie gar nicht. Jawohl. Altes Wachpersonal auf. Okay. Wo sind die denn? Alter. Ich sehe die leider noch nicht. Das ist aber auch im Radar. Die müssten da unten in den Gebäuden sein. Ja, ich sehe sie. Da sind sie. Okay. Rot. Nice, auch tot. Da an der Straße. Die Straße, die hoch zum Berg führt. Da kommt ein Auto. Da, da rechts hier. Da kommt noch ein Auto von der Straße. Geh mal weiter hier durch, ne? Ja, würde ich auch sagen. Irgendwo da hockt noch einer. Ich sehe den da. Ja, egal. Mach die Karre da rechts weg. Ja, guck mal hier rechts. Links. Ja, gut. Nice. Wo ist der Wichser denn? Der muss doch hier noch irgendwo sein. Ich muss mal wieder ein bisschen höher. Hinter uns ist ein Berg. Okay, dann ist jetzt der sofort rechts. Ach, da ist der Wichser. So, jetzt ist er weg. Okay, Wachpersonal auf da. Ach, jetzt hat er reingelaufen, ne? Ja, ja. Ah, okay, dann können wir euch natürlich jetzt so nicht helfen. Ich bin mal ein bisschen... Ja, so ist gut. Links um die Ecke steht einer. Da kommt ein anderer Hubschrauber. Okay. Da oben, über den Berg. Ich muss hochgehen wahrscheinlich, weil den siehst du nicht, oder? Ich hab half live gerade. Ja, du musst höher gehen. Lass uns auf die Pumpe umsetzen. Ich kann auch das Bodenpersonal leider noch nicht abknallen. Du musst noch höher, noch höher. Aber der Hubschrauber. Und jetzt. Alter. Nice, der ist weg. So, das sind viele. Okay, und jetzt wieder runter. Ja, ja, ich geh runter. Da ist auf der Straße schon ein Auto. Bei uns. Warte. Ich geh wieder über den Parkplatz. Ja, ja, Parkplatz ist gut. Okay. Achso, die sind schon wieder da. Ey, bislang ist cool. So, die haben wir. Noch läuft, ja. Gucken wir mal, noch passiert. Ah, da. So, jetzt sind wir schon in der Schiebe... Oh, jetzt sind wir aber schon im Sicherheitsbereich. Alter, wie schlecht man die einfach sieht. Guck mal, was da vorne ist. Da ist noch einer. Oh, na, lol. Das geht aber voll, geil. Da ist wieder in die Komma zu gucken. Hey, alles cool hier, ne? Da hier oben ist ein Auto. Da steht an der Elie. Ja, und Auto. Jetzt muss ich kurz regenerieren. Da unten ist ein Auto, mach den noch weg. Ich muss mich kurz halb voll machen. Ja, ist weg. Jetzt wird man bei uns wieder in die Elie. Da kommen noch mehr Autos an der Straße. Halb voll. Der ist direkt vor uns. Ja, ich... Boah, Alter, ich muss regenerieren. Ich kann die Kamera nicht so schnell schwenken. Wo ist der denn? Vor uns. Genau, vor uns. Nice. Boah, Alter. So, das ist nur noch ein Typ. Können wir nix, ey. Er ist irgendwo am Parkplatz, steht der. Alter, das war echt übel. Was machen die denn hier noch so? Ich bin zum Tastenfeld. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Hier, die und die E. Ja. Easy, no problem. Beide Spieler müssen gleichzeitig die Reaktion annehmen. Drücke Enter, wenn ihr bereit seid, um zurückzuh... Okay, 3, 2, 1, go. Guck mal, wie der Hubschrauber sich steuert, weißt du? Obwohl ich nichts drücke. Ja, das stimmt. Alter, Autos und zwei Hubschrauber. Okay. Okay. Warte, die Autos, da versuche ich jetzt direkt zu erwischen. Da. Wir hacken gerade irgendwas. Oder ich. Ich sehe dein Auto nicht mehr. Okay. Fertig gehackt. Der schießt auf uns, der schießt auf uns. Ich muss uns drehen. Wir bekommen Abschluss. Okay, warte, 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 warte. Ich sehe den nicht. Also hier. Direkt vor uns. Alter. Aufzug. Ich glaube, wir müssen uns jetzt sofort holen. Rechts, rechts, den Hubschrauber. Der schießt uns mit Raketen. Ja, jetzt kommen wir runter. Okay. Der lebt noch. Ne, ne, ne. Wir müssen noch. Der lebt noch. Höher, Christian. Ja, das ist schneller geht nicht. Alles gut. Warte mal. So, jetzt da die Karren. Alles cool. Wir sind noch nicht draußen. Keine Ahnung. Ja, ist auch gut so. Hier draußen geht noch Party. Alter, ich muss warten. Der hat mir richtig einen mitgegeben wieder. Alter. Da kommen wieder Heli. Wieder das gleiche. Das ist ja wohl ein Witz. Und da sind übelst viele Leute gerade auf dem Parkplatz. Ihr müsst jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, wir sind noch drin. Aua. Wir müssen uns jetzt... Äh, genau. Versuchen wir die wegzuschießen, die hier nur sind. Rechts kommt eine Heli. Wir müssen uns jetzt erst dem Heli widmen. Ja. Okay. Worum mal wir sind. Alles. Atemgerät draufsetzen. Der andere Heli dauert noch. Und ich gehe gedrückt halten. So, jetzt Heli. Der ist dir gar nichts. Ich muss höher, höher, höher. Das ist ja auch gerade gar nichts. Aber ich glaube, er hat das Atemgerät auf. Oder mal runter. Da ist der Heli. Der ist direkt unter uns. Ja, dann go. Nein! Alles. Hä? Deine Wurre. Leert hast du, um zu tauchen. Alles. Komm ich nicht nach oben. Maul halten. Ah ja, weh. Autos auf der Straße. Aber krass, wir haben nicht mehr viel Luftraum, ne? Ja. Also, weh kommt es nach unten und es nach oben. Aber du hast es gecheckt. Nein, den habe ich nicht ganz erwischt. Durch die Tür. Loy. Nice. Jetzt habe ich ihn. Das ist doch eine ziemlich fette Mission. Aber hier draußen fliegen wir halt die ganze Zeit rum und Hadi knallt alles weg, was da so ankommt. Ja, links oder rechts? Autos hinter uns. Ich bin jetzt auch links gesproch, ich schwirr in die Abwände, ja. Wir haben nicht mehr viel Luft. Ah, diese scheiß Typen unten auf der Straße, die sieht man so überhaupt so schlecht, ey. Arschknapp. Boah, das wird richtig knapp, Alter. Da kommt noch ein Auto. Alter, schwimm. Schwimm, Alter. Schwimm schneller. Also, ähm. Ähm. Die ganze Zeit Schiff halten, Alter. Ähm. Ja, wir haben, wir haben Artengeräte. Alles cool. Wo ist der Spinnerländer? Ja, ein bisschen knapp geworden, glaube ich, mit einem Artengerät. Boah, der wäre aber hart knapp geworden. Ja, nach rechts drehen, nach rechts drehen. Äh, okay. Ja, nach links. Warte, wer rauchtet? Warte, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Wir sind jetzt außer Wasser, raus. Oh. Gleich. Warum schließe ich noch an den Korallen auf? Da vorne ist, sammelt euch am Strand. Ist der da? Ah, da war er. Okay, da ist noch einer. Wo sind die letzten beiden? Jawohl. Das sind eine Leuchtrakete. Wo ist die Leuchtrakete, Chris? Äh, Pistolen. Da bist du. Ja, hab ich. Ja. So, jetzt haben wir alle weggehauen. Da kann ich nicht abschießen. Ja, einfach hoch zielen und schießen. Ja, ihr müsst uns abholen. Warte, fuck, ich seh keine Leuchtrakete. Da, da vorne ist sie. Da, wo ich hinschieße. Ah, da, ja. Ja, jetzt hör auf, da hinzuschießen. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Wir kommen, wir kommen. Alter. Alter. Hardy. Alter, das ist uncool, Hardy. Hardy, das hat eine Explosionswirkung. Ich weiß. Wow. Okay, weg, wegen dem Rotor, weg. Ja, genau, passt bloß auf. Wir landen hier. Ja, ja, ist alles cool. Das ist hier halt krumm. Oh, Alter. Alter, Christian, die Filzwand. Alter. Ja, aber das ist hier, das ist hier halt schräg. Also, es ist nicht so geil zu. Boah, Alter, da kommt der auf. Boah, Alter. Alter, du, oh, der Junge. Christian, mach keinen Scheiß, Alter. Ich will aber nicht ins Wasser fallen, Alter. Alter. Nein, nein, ich will jetzt nicht einmal da rumlaufen. Du musst aber einmal da rumlaufen. Alles klar. Du bist so... Der Rotor, Mann! Alter. Das wird so schief gehen. Soll ich nochmal landen? Soll ich nochmal landen? Soll ich nochmal landen? Ja. Moment. Ich geh nur kurz weg. Lande nochmal. Ja, lande nochmal, ey. Alter. Boah, das sah aus, als wenn der Rotor... Warum ist das hier schief, Alter? Ja. Ja, okay. Das wird so schief gehen. Nee, das ist jetzt safe. Okay, go. Ja, nice. Also, ihr müsst jetzt wahrscheinlich noch ein paar gleich abballern. Oh, oben rechts kommt schon der Erste. Oh, ja. Oh, ja. Der kann die nicht abschießen. Den sehe ich leider auch noch nicht. Bisschen Angst, dass ich da drauf schieße. Scheiße, den habe ich nicht richtig erwischt. Den müsst ihr da hinten machen. Oh, Schalter-Alogschrauber aus. Der ist tot. Nee, der ist tot. Der stützt ab. Warte, die rauchen schon. Oh, ja. Der ist denn auf Pause? Ich war nur... Ich wollte gucken, wo die Hilftrauber sind. Damit ich genau weiß, dass da einer ist. Achso, er sucht aber. Dann drehe ich uns. Der muss nicht. Einfach weiterfliegen. Ja, aber dann können wir mehr darauf schießen. Wir müssen eh alle kaputt machen. Achso. Na, der ist noch zu weit weg. Den Trevi nicht. Ich auch nicht. Du musst stehen da links. Sehr gut. Der hat einen Abgang gemacht. Da kommt der nächste, rechts. Ist der schon so nah? Ja, der ist schon relativ sichtbar. Vielleicht fliege mal ein Stück hoch. Jetzt ist er da. Weiter. Alter. Hinterher. Ich höre auf den Typen sogar schon, wie der getroffen wird. Hinter uns, hinter uns. Direkt weiter, weiter, weiter. Du hörst die Typen aus dem Hubsrauber, wie die Treffer fressen. Der ist tot. Macht aber Spaß, sie zu zerstören. Okay. Treffpunkt. Ich will jetzt nichts hören. Ich will jetzt nichts hören. Puh. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass wenn wir das jetzt schaffen sollten, ja? Ah, ich wusste nicht so. Das hat weniger lang gedauert als der letzte. Mir ist schon vollkommen klar, dass wir die Fehler, die wir von der Grafikkarte hatten, immer am Ende der Mission hatten. Ja, ich weiß. Aber das ist egal, ob das sagst oder nicht. Da haben wir doch locker gesetzt. Ich glaube, das ist dann Karma. Boah. Das ist wie ein WoW früher. Wenn wir irgendwelche Bosse in Raids gemacht haben, haben wir gesagt, so, ja komm, jetzt irgendwie hier first try haben, wir haben das nie geschafft. Das ist wie ein WoW früher. Das war's. 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 Das wäre jetzt gewesen, wenn wir dabei draufgegangen wären. Das war's. Das war's. Das war's. Das erste Mal. Jawohl. Oh nice. Das war's. 35.000. Weiß doch mal was. Damit kann man doch arbeiten. Geil. Also der Auftrag war jetzt irgendwie deutlich einfacher, oder? Ihr habt euch einfach immer von Empfängers unendlich doof angestellt. Der war aber trotzdem cool. Aber der war echt fetter. Der war noch ne Ecke cooler. Ja erstmal in diesen Stripclub, Junge. Alter, das war so geil unten in den Nachtsicht-Ding. Ja. Das war echt cool. Hat nen coolen Wiederspielwert, wenn das so aufgeteilt ist. Das ist geil Müssen wir ja sowieso wahrscheinlich nochmal machen damit die Leute die Mission erstarten können Jeder muss das zum Beispiel auch noch machen Das stimmt Gut, aber dann bedanken wir uns an dieser Schiff hier immer fürs Zuschauen Alter, weil ich das freigeschaltet hab Ist noch voll am Updancen die Alte Geil, Alter Ja komm ich werf nochmal einen Dollar hier Ey lass Dollar regnen, Alter Komm hier Ja Wuhuu Oh die Schraussis ey Geil, dann vielen, vielen Dank für's Zuschauen Ja war ja eh so Bis zum nächsten Mal, tschuu Warte mal, warte mal Tschüss